Ich darf Sie einladen zu unserer nächsten Sendung und diese Sendung wird sein am 4. Adventssonntag. Diesmal also am Sonntagabend, wetten das, Sie sollten sich das merken, nicht dass Sie am Samstag vergebens warten auf uns. Unsere Sendung in Saarbrücken geht zu Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich. Ich hoffe, ich habe diesmal nicht so viel falsch gemacht. Wenn ja, sagt Herr Martin. Guten Abend, Herr Gottschalk. Ich freue mich, Sie endlich einmal live erleben und Ihnen den Mantel helfen zu dürfen. Dass ich das noch erleben darf, ist ein Kindheitstraum gewesen. Aber darf ich mir gleich eine Bemerkung erlauben. Wenn ich mir den so ansehe, halte ich es für angebracht, dass Sie sich endlich einen neuen anschaffen. Ich nehme mir das zu Herzen. Aber er ist noch gut. Nachdem ich einen Fachmann habe, Sie haben viele Fernsehsendungen beobachtet. War es denn halbwegs in Ordnung? Doch, es war schon sehr viel Schönes dran. Aber wenn ich mir noch eine Bemerkung erlauben durfte. Bitte. Nachdem ich Sie heute hier so gesehen und gehört habe, weiß ich erst, was ich an Herrn Kuhlenkampf hatte. Martin, Martin Jensel, ein großer Mann der Fernsehgeschichte. Das war Wetten, das. Aus Dardrücken, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen bis am Adventssonntag, am 4. Advents in Ludwigshafen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke. 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 Danke.